Herr Lindner, eine abschlagsfreie Rente mit 63 gibt es schon lange nicht mehr. Was wollen Sie da abschaffen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, seit dem 11. Mai 2024 ist ja in unserem Land eine heftige Diskussion in Gang gesetzt worden durch die unsäglichen Forderungen der FDP, die Rente mit 63 abzuschaffen. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen mal eine Stellungnahme und das würde ich dann auch nochmal kommentieren des Landesverbandes des VdK Baden-Württemberg zum Zwölf-Punkte-Plan der FDP mal zeigen und auch mal vorlesen, dass Sie mal sehen, mit was für politischen Dilettantismus wir es in unserem Land hier zu tun haben. Meine Damen und Herren, schauen Sie sich das bitte mal an. Ich komme auch wirklich auf den Punkt, worum es mir in der Sache geht. Der Hans-Josef Hotz, VdK-Landesvorsitzender des Landesverbandes Baden-Württemberg, sagt als Statement auf den Zwölf-Punkte-Plan der FDP, Herr Lindner, eine abschlagsfreie Rente mit 63 gibt es schon längst nicht mehr. Im Jahr 2024 kann man frühestens mit 64 Jahren und vier Monaten abschlagsfreien Rente gehen, aber auch nur diejenigen oder nur derjenige, der wenigstens 45 Jahre gearbeitet und eingezahlt hat oder Menschen mit einer Schwerbehinderung. Solche falschen und populistischen Äußerungen auf Kosten der sozial Schwachen in unserem Land sind brandgefährlich, denn sie hetzen Bevölkerungsgruppen gegeneinander auf und spalten unsere Gesellschaft. So Hans-Josef Hotz, VdK-Landesvorsitzender des VdK-Landesverbandes Baden-Württemberg, in einem Statement zum Zwölf-Punkte-Plan der FDP, der ja unter anderem auch die Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 beinhaltet. Meine Damen und Herren, Sie wissen, ich bin Rentenberater und Rechtsanwalt und manchmal verfalle ich ja leider auch in den allgemeinen Sprachduktus und rede über Rente mit 63, Rente mit 64 und, und, und. Aber im Kern muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das habe ich auch schon auf vielen politischen Podiumsdiskussionen erlebt oder auch im Fernsehen, wenn sich dort Politikerinnen und Politiker da hinsetzen und dann losschwattronieren. Bei Markus Lanz können wir das ja sehr häufig dann erleben oder auch in anderen, in anderen Sendungen. Ich kann es Ihnen wirklich nur so sagen, die meisten von denen, die da reden, sei es auch Lindner oder zum Beispiel die Grünen-Chefin Ricarda Lang oder CDU-Vorsitzender Merz oder wie die alle heißen, die haben gar keine Ahnung, von was die da reden. Die wissen gar nicht, was die Rente mit 63 ist. Die wissen gar nicht, dass die Rente mit 63 noch nie gegeben hat, meine Damen und Herren. Und jetzt komme ich mal zu dem, zu dem, was wir Juristen öfters mal gerne machen, zu einem Umkehrschluss. Meine Damen und Herren, eine Rente, die es nie gegeben hat, ja, die kann ich auch nicht abschaffen. Das ist doch logisch, ja. Ein Auto, was ich nicht habe, kann ich nicht fahren. Und eine Rente mit 63, die gab es nie in Deutschland. Und die hat es auch noch nicht gegeben. Also zumindest nicht, solange ich lebe. Vielleicht im Reichsrentengesetz, ich weiß es nicht. Aber im SGB VI gibt es keine Rente mit 63. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Welche Rente meint denn der Herr Lindner? Und das ist genau das Problem, dass Leute wie Lindner praktisch im Grunde genommen irgendwas dahin schwadronieren, populistische Äußerungen machen, damit ihr Wählerklientel aufhetzen gegen andere, gegen sozial Schwache in unserem Land. Denn hier werden wirklich Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufeinander losgehetzt. Und das spaltet unsere Gesellschaft, meine Damen und Herren. Und was noch dazu kommt, was eben auch brandgefährlich ist, Solche Äußerungen von Lindner oder Forderungen führen ja oftmals zu einer erheblichen Verunsicherung. Bei unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die zum Beispiel im Jahr 2024 in Rente gehen wollen, abschlagsfrei. Von welcher Rente reden wir denn eigentlich? Von der Altersrente für besonders langjährig Versicherte? Meine Damen und Herren, das ist diese Altersrente, die immer unter völlig falschem Sprachduktus als Rente mit 63 bezeichnet wird. Und schon mit 63 ist völlig falsch. Wenn wir überhaupt zulässigerweise von so einer Rente reden sollten, dann ab 63. Aber auch solch eine Rentenart gibt es nicht. Und wenn es die gegeben haben sollte, dann gibt es sie heute nicht mehr, meine Damen und Herren. Also, brandgefährliche Situation. Wir erleben das jeden Tag per Mail, was wir hier alles so reinkriegen, dass die Leute völlig verunsichert sind. Da gibt es welche, die wollen jetzt schon drei Jahre vor Rentenbeginn einen Rentenantrag stellen, damit sie ihre rentenrechtlichen Positionen sichern. Weil sie Angst haben, dass Lindner und Co. und dann auch später mal der Merz und wie sie alle heißen, auch dazu komme ich noch in einem anderen Video auf die Verlogenheit der CDU zurück, dass solche Leute die Rente mit, die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte praktisch abschaffen wollen. Und die wollen jetzt ihre Ansprüche sichern, meine Damen und Herren. Aber wir alle, vor allen Dingen die Juristen, die sich mit Rentenrecht auskennen, sagen doch, selbst wenn man die abschaffen wollte, dann geht das nur mit langen Übergangsfristen. Ja, auch das ist doch, wird doch nicht gesagt. Und das zeigt doch, wie verlogen und wie heuchlerisch letzten Endes solche Forderungen sind, meine Damen und Herren. Im Übrigen betreffen die, ich sage jetzt nicht nur, sondern im Schnitt rund 300.000 Menschen, 300.000 Versicherte, die von dem Wegfall der Altersrente für besonders langjährig Versicherte tatsächlich betroffen wären. Aber, meine Damen und Herren, gehen Sie mal bitte davon aus, dass die SPD und die Grünen, ja, sie können ja halten von denen, was sie wollen, dagegen sind. Und dass im Zweifel dann auch die Koalition, die wir jetzt haben, diese unsägliche Ampelkoalition ein Ende findet. Ich sage auch, Lindners Forderungen, Abschaffung Rente mit 63 geht voll. Es ist ein Generalangriff auf den Sozialstaat, ist ein Generalangriff auf die sozial Schwachen, ist ein Generalangriff auf Bevölkerungsgruppen, die von dieser Rentenart abhängig sind, weil sie nämlich auf diese Rentenart hingearbeitet haben, 45 Jahre hart gearbeitet haben. Und das will uns Lindner oder das will Ihnen Lindner wegnehmen. Lassen Sie das bitte nicht zu. Setzen Sie Ihr Kreuz bei den Landtagswahlen, bei der Bundestagswahl, bei der Europawahl an die richtige Stelle. Lindner braucht eine klare Antwort von Ihnen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.